Jo Leute, willkommen zu diesem Folge von Deadlines 2, Folge 4. So. Noch 10 Folgen. Dann sind wir im End. Und ich habe immer noch keine Diamanten gefunden. Das ist... sehr, sehr schade. Ja, Emeralds finde ich echt viele momentan. Aber dieses blaue Herz... gar nichts. Ich wusste nicht, dass wir viele Emeralds hier spawnen. Diesen Bergbio... hat mich sehr geändert. Ich weiß noch nicht als Punkt 3 zurückdenke, da... Ich weiß noch nicht, wo ich einen gefunden habe. Na ja. So. Immer mit. Ich vergesse einen Diamanten da drunter. Wer weiß. Aber gar nichts. Jetzt haben wir schon jedes Erste gefunden. Wir haben Kupfer hier. Wir haben... Gold. Wir haben Eisen. Wir haben... Redstone. Wir haben Lapis. Wir haben Kohle. Wir haben Eisen. Aber kein... Diamant. Das ist schon extrem bedauerlich. Hätten wir Minecraft. Vielleicht ist ja hier was drin. Nein. Aber wir haben hier... Fackeln und Kohle. Das ist schon ganz cool. Glowberries. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Die Diamanten spawnen noch gleich da drinnen. Nach den... Kisten. Schade. Hallo. Ich weiß nicht, wo es jemanden gibt. Überall haben wir die. So, raus. Ich habe keine Verkündung mehr. Oh, da geht's. Hallo. Oh. Ah. S высок. Those. Seid. She said, man ist nicht so sehr ge survey, oder? Es ist immer etwas instead troff entlang... Ähh. Oh hi, was geht ab? Alter, wie fällt denn die bitte aus? Hallo, was geht ab? Hm. Ach du Scheiße. Ach, viele Zombies, das ist sehr komisch. Ich muss auch ein Spawner sein. Ich bin ein Späten. Ich bin ein Späten. Alter, wie? Tripstone. Ich bin ein Späten. Ich habe noch keine Diamanten. Ich verstehe es nicht. Kein Plan. Hm. Mein Späten. Ich bin ein Späten. Und ich habe noch eine Pialsmonie mit dem Zaston. Ich bin ein Späten. Ich kann ein Späten. Ich kann einen Späten, in meiner Schlecht und in meiner Schlecht zu machen. Es ist ein Späten. Ich bin ein Späten. Ich bin ein Späten. Ich habe ihn zu späten. Ich will ungern in Strip-Mining gehen. Ich bin ja schon ein bisschen ratlos. Egal, mach halt im Wasser den Block weg. Ich hätte ja gar nicht wie cool hochschwimmen oder so. Weiß nicht. Woher Enderman, hallo. Was ist das hier? Ist das hier dieses Basalt? Ich würde sagen, du bist in Strip-Mining gehen. Sollte es immer auch tut. Was willst du machen? Hier ist ja nichts. Ah, so ein Harder Stein. Hier ist ja ein Deep Slate. Aber mit einer Eisenspitze ist es echt schwer abzubauen. Aber was bringt der, wenn der keine Diamanten mit sich bringt? Gut. Also voll dir werden wir nicht schaffen, ne? Scheiße. Ich weiß nicht. Nichts. Ich bin sehr enttäuscht. Hallo. Ich mache einfach mal so ein Soundnäher. Und dann würde ich sagen, es gewesen nicht, ob euch das gefallen hat. Ich lasse die Publizierung da. Haben wir vergessen. Und tschüss.